also die größte angst fünf war das ja hm 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 er ist riesig mir fehlt der Mut schönes Rot nemen durch go ho Society angst 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 du Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Denk dran, dass einige Instrumente nicht spielen sollen. Die Instrumente müssen zur richtigen Zeit... ...eins... Ich weiß jetzt nicht, wie ich die jetzt zu bringen soll. Dieses Instrument kommt beim Tango nicht zum Einsatz. Ja, was weiß ich denn? Dieses Instrument kommt beim Tango nicht zum Einsatz. Das ist... Hey! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... So, ich weiß jetzt einfach nicht weiter. Ich mache jetzt einen Aufnahmestopp hier mal in der Richtung. Vielleicht, wenn ihr das wisst und das ist ein ganzer Part. Dann schreibt mir doch einfach mal die richtige Lösung, was ich da machen soll. Ich versuche jetzt erstmal... ...selbst drauf zu kommen. Ich überlege jetzt ein bisschen. Ja. So, speichern. Und dann sage ich, ciao, bis zum nächsten... ...bis zur nächsten Aufnahme. So, und da sind wir wieder. Ich habe nochmal nachgeguckt wegen dem Orchester. Diese Blumen werden Tango spielen lernen. Jo. Ich habe nochmal im Internet nachgeguckt und da steht... ...alle Instrumente einschalten. Dann finde Schlagzeug, Geige, Piano, Bass. Das wollen wir jetzt mal gucken. Das könnte ein Schlagzeug sein. Piano? Geige? Maultrommel? Das ist das. Na. Nein. Ach Mist, äh... Schon wieder zu früh. So, ich schreibe mir das nochmal auf. So, zack. Rot. Ist der Bass. Maultrommel. Lila. Lila. So. Nein. Geige? Geige. 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 Schlagzeug. Achte auf den Rhythmus. Meine Güte, nochmal näh. Die Güte, nochmal näh. Achte auf den Rhythmus. Die Instrumente müssen zur richtigen Zeit spielen und nicht, wenn sie Lust darauf haben. Regeln sind Regeln. Ah, jetzt habe ich es. Ähm, Schlagzeug. Nein. Nein. Achte auf den Rhythmus. Ja. 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 Achte auf den Rhythmus. Ich schneide gleich die ganzen Blumen einmal quer, fällt einen ab. Achte auf den Rhythmus. Ja, ich bringe dich gleich um. Ich bin hier irgendwie noch was anderes zu machen als Achte auf den Rhythmus. Achte auf den Rhythmus. Hallo Armando. Was gibt es Neues, Elisa? Können wir den Tango nicht weglassen? Aber Kind, Regeln sind Regeln. Was würde eure Mutter sagen? Willst du, dass sie mich feuert? Ich schaffe es noch nicht, dass das Orchester gut Tango spielt. Was mache ich bloß verkehrt? Du musst nur zweierlei bedenken. Erstens, die Instrumente müssen zur rechten Zeit einsetzen und dem Rhythmus folgen. Pam, 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 patapam. Und zweitens, beim Tango dürfen nicht alle Instrumente mitspielen. Also es war pam, 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 patapam. Nein, weiß ich jetzt nicht mehr. Was gibt es Neues, Elisa? Ich schaffe es noch nicht, dass das Orchester gut Tango spielt. Was mache ich bloß verkehrt? Du musst nur zweierlei bedenken. Erstens, die Instrumente müssen zur rechten Zeit einsetzen und dem Rhythmus folgen. Pam, 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 patapam. Und zweitens, beim Tango dürfen nicht alle Instrumente mitspielen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Schaf. Ah, ja, ja. Geige. Schlagzeug. Bass. Piano. Hm. Geige. Piano. Scheiße Vogelklinge. Maultrommel. Bass. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020